Was ist die Fähigkeit der Profilbereiche inhaltlich zu erneuern? Creative Units sind Gruppen von Forschenden, die gemeinsam neue Forschungsgebiete entwickeln. Mit ihnen sichert die Universität die Fähigkeit, sich auch jenseits der Profilbereiche inhaltlich zu erneuern. Wir beschäftigen uns vor allem damit, wie es möglich war, dass Menschen mit Beeinträchtigung am alltäglichen Leben und am sozialen Leben teil hatten. Das heißt, waren sie in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Waren sie eingebunden ins Arbeitsleben? Konnten sie einen Beruf ihrer Wahl ergreifen? Konnten sie heiraten und Familien gründen, wie andere Menschen auch? Das sind so die Fragen, die uns vor allen Dingen bewegen. Und das Ganze bezieht sich auf den Zeitraum von etwa 500 bis 1800, die sogenannte Vormoderne. Und das sind natürlich Fragen, die auch sehr aktuell sind. Also seit die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert worden ist, geht es ja um Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Menschen mit Beeinträchtigung. Und das ist natürlich auch spannend zu gucken, wie sich das im historischen Kontext darstellt und entwickelt hat. Ohne interdisziplinäre Forschung kann man das Thema überhaupt nicht angehen. Wir brauchen mehrere Disziplinen mit ihren jeweiligen Methoden, weil wir sehr unterschiedliche Quellen aus dieser Vormoderne überliefert haben. Wir müssen also arbeiten mit Historikern und Historikerinnen, mit der Archäologie, der Anthropologie, der Kunstgeschichte, aber zum Beispiel auch mit der inklusiven Pädagogik, die meine Kollegin Frau Köpsel vertritt. All diese Disziplinen haben sehr unterschiedliche Quellen. Das heißt, die Historiker zum Beispiel haben in der Regel schriftliche Quellen. Die Kunsthistoriker arbeiten mit Bildquellen, die Archäologen mit gegenständlicher Überlieferung und die Anthropologen mit menschlichen Überresten, das heißt mit Skeletten. Und nur indem wir die Nachrichten, die wir diesen verschiedenen Quellen entnehmen können, zusammensetzen, entsteht ein puzzleartiges Bild der Vergangenheit. Und die inklusive Pädagogik sozusagen profitiert dann von den Erkenntnissen, dass man eben nochmal in historischer Perspektive darauf schaut, wie ist mit den Menschen umgegangen worden und dann sehr schön sehen kann, dass es sich eben nicht um ein statisches Phänomen handelt, dass man schon immer in bestimmter Art und Weise mit bestimmten Menschen umgegangen ist, sondern sich da eben viele Dinge verändert haben. Das heißt, wir haben nicht einseitige Verhaltensweisen im Sinne einer romantischen, goldenen Zeit des Mittelalters oder umgekehrt im Sinne eines finstrenen Mittelalters, in der alle beeinträchtigten Menschen aus der Gesellschaft ausgestoßen waren. Wir haben vielmehr äußerst flexible Verhaltensweisen und Reaktionen und vor allen Dingen einen ausgesprochenen Pragmatismus im Umgang mit eigener und fremder Beeinträchtigung. Die Quellen, die uns überliefert sind, sind sehr vielschichtig, zum Teil ganz faszinierend, aber manchmal auch ausgesprochen rätselhaft und schwierig zu interpretieren. Und ganz schön kann man das deutlich machen an einem bestimmten Werk, dem heute so bezeichneten Bildnis eines behinderten Mannes, das im Schloss Ambras in der dortigen Wunderkammer enthalten ist. Das ist ein Bild von einer nicht bekannten Person, einem Mann, der wohl am Hof des Fürsten damals im 16. Jahrhundert gelebt hat. Wir wissen nicht, wer ihn porträtiert hat, aber das Bild wurde offenbar im Auftrag des Fürsten für die Wunderkammer, das heißt für eine Einrichtung, die praktisch Vorläufer unserer heutigen Museen war, hergestellt. Und dieses Bild zeigt eben einen unbekannten Mann, der seiner Kopfbedeckung und seinem ganzen Gesichtsausdruck nach zur Oberschicht gehörte, dessen Körper ansonsten aber in sehr hinfälliger, gebrechlicher, verletzlicher Form nackt auf einem Tisch ausgebreitet ist. Und die damaligen Betrachter konnten also sich entscheiden, ob sie dieses Bild nur teilweise ansehen wollten, denn der Körper war mit einem Blatt verdeckt, oder ob sie dieses Blatt hochheben wollten und dann diesen schutzlos den Blicken ausgelieferten Körper betrachten wollten. Und wir haben dieses Bild so faszinierend gefunden, dass wir es im Rahmen einer Ausstellung gezeigt haben und für die Blindenbesucher sogar aus dem zweidimensionalen Bild ein dreidimensionales Tastmodell gemacht haben, damit auch die Blindenbesucher dieses Objekt erfahren konnten. Die Creative Unit ist ja ein relativ offenes Format. Man kann also ein kleinerer oder auch ein etwas größerer Verbund sein. Man kann das mit einer Disziplin bewältigen oder auch mit mehreren. Und für uns, die wir hier eben schon vorher in einem DFG-geförderten Forschungsverbund zusammengearbeitet hatten, war dieses relativ offene Format die ideale Möglichkeit, unsere Forschung jetzt mit neuen Schwerpunktsetzungen vertieft weiterzuführen. Unser Forschungsprojekt ist ganz eng mit unserer Lehre verknüpft. Wir versuchen, den Ansatz der Universität Bremen, möglichst stark forschendes Lernen voranzutreiben, im Rahmen unseres Projekts zu realisieren. Das heißt, dass Studierende immer schon mit neuen Ergebnissen und mit Erkenntnisprozessen im Zuge von Lehrveranstaltungen auch vertraut gemacht werden. Und die Studierenden werden durch das Projekt zum Beispiel auch im Rahmen der Ausstellung Leib-Eigenschaften an Forschung herangeführt, aber auch daran, wie man Wissenschaftsergebnisse in der Öffentlichkeit präsentiert. Und diese Einbindung in das Projekt ging zum Beispiel bei der Ausstellung Leib-Eigenschaften so weit, dass die Studierenden an der Auswahl der Objekte, am Aufbau der Ausstellung, an der Führung und auch an den Katalogbeiträgen maßgeblich beteiligt waren. Und geht auch insofern ins Studium mit ein, dass eben immer wieder daran deutlich gemacht werden kann, dass es keinen naturhaften Umgang mit dem Anderssein von Menschen gibt, sondern dass der immer damit zu tun hat, was man weiß, was man glaubt, wie man diese Menschen sieht und sich entsprechend der Umgang ändert und ändern kann. Und das ist eben das Wichtigste, dass Behinderung kein statischer Zustand ist, sondern etwas, was durch Menschen auch verändert werden kann und aktuell eben durch die Inklusionsdiskussion vorangebracht wird.